Und ich weiß noch... Ich weiß noch nicht ganz wie. Also hier oben kommen wir jetzt schon mal relativ weit. Krass, wenn wir jetzt einfach loslaufen. Sehr gut. Schade, dass man den Feueralarm nicht ziehen kann. So, was bringt es mir denn hier hochzulaufen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, hier muss ich später hoch, kann das sein? Ich muss erstmal rüber zum Mainboard und das dann nämlich austauschen. Gut. Gucken wir doch mal. Fuck. Ich habe den Schlüssel nicht. Boah. Ich habe den Schlüssel nicht. Das heißt, ich muss von oben runterspringen. Ähm. Ich könnte dich gerade Tatsache... Oh nein, du bist wieder abgeschaltet. Ähm. Lenk den erstmal ab. Sucht die Gegend ab. Ja, ganz ruhig bleiben. Richtig. Richtig. Okay, der ist eine Etage tiefer. Der aber nicht. Alter Falter, ey. Das ist einfach mal so gar nicht cool. Es ist alles in Ordnung. Gut, dass die alle unten sind. Machen wir dich mal zu Sonaheim. Liebespot-Sequenz gestartet. Eine Sexmaschine. Hinter dir. Okay, wir müssen ja nur da rüber. Ich brauche immer noch die fucking Schlüsselkarte fällt mir gerade auf. Jetzt ist er, glaube ich, gerade wieder normal geworden. Beinstalliere nicht lizenziertes Programm. Warte mal. Äh. Hat keiner eine Schlüsselkarte? Neustart Absicherung. Oh, ich glaube eigentlich eine ganz clevere Idee. Hey. Alles sicher. So. Keine Ahnung, wie ich hier reinkommen soll. Ah. Okay. Vielleicht kommen wir damit weiter. Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier nicht entdeckt werde. Hey. Nochmal. Gucken wir doch mal. Okay, das hätten wir. Die Frage ist halt eben nur, wie zur Hölle soll ich hier oben ein Mainboard modifizieren? Wenn ich noch nicht mehr die Türen aufbekomme. Ah. Ah. Okay. Okay, ich habe eine Idee. So, äh, da ist ja alles zu. Ich führe Routine. Kommt rein, fahren Sie zum Ort des Anhalts. Auf Posten. Unbefugte. Ah, fuck. Wow, es hat funktioniert. Okay. Das ist sehr gut. Das heißt, jetzt kann ich das Ding hier steuern. Gut. 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 Alarm aktiviert, Position gesendet. Rauch 91013. Alarm aktiviert. Ach so, der sieht meine Drohne. Okay. Ah. Ne, das bringt mir, doch, 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 das bringt mir was. Aber die Frage ist halt eben, inwiefern ist da immer noch Sicherheit? Ist das Ding verhext oder was? Einfach auf zum Nerven verhext, das Ding ist. Das wird schon nichts passieren. Alles wird gut. Oh Mann. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Home. Okay, der passt nämlich jetzt hier drunter durch. Sorry Kumpel. Diese Operation erfordert Hände. Deine Hände. Natürlich, Plutzer, aber lass mich doch erstmal hacken. Okay, das kann ich nicht damit abschalten. Das ist ein Fenster, ne? Ja. Mann, ist das eine komische Sache. Da oben, das ist auf jeden Fall offen da oben. Nur Markus kann dieses Ziel beenden. Ne, das wollte ich nicht. Das ist ja gut. Oh ja, da oben ist offen. Alter, nervt die Beule. Das ist so geil. Eine Sexmaschine. Ähm. Nein. So geil. So, damit haben wir's doch. Höher, 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 höher. Von wo? Höher, 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 Jetzt findet er da einen Weg. Okay. Meine Fresse. Glücks. So funktioniert das übrigens nicht wirklich. Okay. Okay. What? Weißt du, mein Dad hat mich mit ins Luft- und Raumfahrtmuseum genommen, als ich 10 war. Das war nichts im Vergleich zu dem hier. Raketen-Dinosaurier, Mann. Dafür ist man nie zu alt. Da ist übrigens der Schlüssel irgendwo. Es ist alles in Ordnung. Den könnte ich mal gebrauchen, Alter. Wir verlohmen, Alter. Ja. Ja. Okay. Okay.